Ist was, Starbuck? Im Raum lecken die Fässer, Sir. Wir müssen die Luken aufmachen. Luken aufmachen? Jetzt? Kurz vor Japan? Eine Woche lang beidrehen und alte Fässer flicken? Hilft nicht, Sir, wenn uns nicht an einem Tage mehr Öl weglecken soll, als wir in einem Jahr wieder einbringen können. Wofür man 20.000 Meilen gesegelt ist, Sir, das lohnt sich wohl zu bergen. Freilich, freilich, wenn ich ihn nur kriege. Nein, ich spreche von den Ölfässern in der Last, Sir. Ich aber nicht, Mensch. Habe anderes im Kopf. Geh, sag, ich lasse es lecken. Bin selber durch und durch leck. Und meinst du etwa, ich machte Halt und stopfte mein Leck? Wer soll's denn finden, wenn das Schiff tief geladen hat? Und im Sturm des Lebens, wie soll man's dicht kriegen? Die Luken werden nicht aufgemacht, Starbuck. Und was werden die Räder dazu sagen, Sir? Die lassen Antaket am Strand stehen und die Brandung überschreien, Starbuck. Kommst du mir immer mit diesen Filzen? Sollen sie für überall, mein Gewissen, sein. Mein Gewissen steckt hier im Kiel der Peckot. Die Läder sind in Wart. Das ist die Milzen, die in Wart.